Jetzt kommt ein Auto. Jetzt, wo ich filme. Jetzt kommt ein Auto. Juhu! Wir sind nicht die letzten Überlebenden. Ein Lastwagen. Ein Lastwagen. Zwei Lastwagen. Aber kein Wunsch. Niemand. Niemand, niemand, niemand. So eine Autobahn. Autos tragen. Jetzt darf ich nicht. Jetzt kann man eine Stunde laufen, oder wie? Ja, seit Vairaggio ist noch kein einziges Auto. Das war ein Sport. Ja. Jetzt fahren wir 100 km ohne Auto. Wahnsinn. So können wir schon noch schnell durch. Ich weiß schon. Vor allem ist es angelehnt zu fahren. Ja. 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 Ich weiss nie, wir können die ganze Welt aufs Kottetisch. Und wir sind die Einzigen. Ja. Ob ich aber nur noch hier oben runter ist. Oder ob wir es nicht wissen. Genau. Ja. 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 -